Die rolle Karte hat uns natürlich aus dem Spiel gebracht. Trotzdem hätte man noch den Unterzahl des 1-1 machen müssen. Aber in jedem Fall, in der Mischung, konnten wir einen Ball für 1-1, damit der Spiel 1-1 war. Die Unterzahl des 1-1 war einfach heute zu wenig. Ich glaube, Sie haben mehr Fragen. Ich denke, Sie haben noch mehr Fragen. Es ist eine große Karte für den Klub. Und darum gibt es nicht zwei Fragen, sondern zwei Fragen. Aber ein Sabadach, der Mischung, die Wahrheit. Was ist mit welchen Runde und wie viel Spiel Sie sollen, damit der deutschen Stab подписer den Kapitulation? Vielen Dank. Der deutsche Stab Kapitulation hat mich mit dem Rücktrick. Wie viele Spiele müssen wir noch verlieren? Wir haben das Spiel verloren und jetzt kommen wir die selben Fragen. Wir gehen nach vorne, wir werden das nächste Spiel wieder angehen und versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen. Wir haben das letzte Spiel gewonnen, wir haben das letzte Spiel gewonnen. Sie haben seine Frage nicht beantwortet. Vielen Dank. Ja, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich denke, Sie können nachvollziehen, warum wir mit der Mannschaft gesprochen haben. Die Resultate sind nicht dazu da, dass wir glücklich sind, sondern wir haben ganz ernst und trocken mit der Mannschaft gesprochen. Ja, ich möchte mich für meine Entschuldigung entschuldigen. Aber Sie können sicherlich wissen, dass nach solchen Spielen ein Gespräch mit der Mannschaft mit der Mannschaft ein bisschen langer und langer. Deshalb bitte ich bitte entschuldigen und ich hoffe, dass Sie verstehen, warum der Entschuldigung. Er möchte ein bisschen beantworten, seine Frage. Ja, wir werden natürlich nicht internas, die wir in der Kabine besprechen, mit wem besprechen, mit was oder mit was wir sprechen, in der Öffentlichkeit diskutieren. Ja, das ist eine andere Frage. Jetzt, eine Sekunde. Es geht nach. Einer. Ich fühle mich jetzt? Erstens. Das ihr euch in der Arbeit haben? Mit der Verantwortung haben? Ja? Das war es. Es ist noch gar nicht so viel übergebracht. Die Maske sind? Wie haben Sie sich denn, dass Sie weiter weiter arbeiten? In welchen Spiel haben Sie die andere Behauptung? und dieses Vertrauen seitens der Verantwortlichen? Die Frage kann ich gar nicht beantworten, aber ich weiß, dass die Spieler hinter mir stehen und dass kein Spieler oder die Mannschaft gegen einen Trainer nicht für den Verein spielen will. Man hat ja auch in den letzten Minuten noch gesehen, dass sie sich aufgebäumt haben. Nur es ist zu spät. Wir sind einfach zu spät dran und wir waren vorher nicht im Spiel. Vielleicht war auch dieses gute Ergebnis gegen Kim Ki und dass wir da vielleicht zu fahrlässig reingegangen sind. Aber wir haben gewarnt, wir wussten, dass der Gegner stärker ist, dass er an das System spielt. Und ich sage es nochmal, wir haben einfach auch eine gute Karte bekommen und haben das Game-Management nicht verstanden heute. К сожалению, за руководство я не могу сказать. Ich kann sagen, als Trainer, dass ich fühle, dass die Spieler hinter mir stehen. Ich fühle mich die Unterstützung der Spieler. Ich kann sagen, dass es nicht die Spieler, wo es ein bisschen broschen ist, oder so. Die Spieler stehen für den Trainer. Ich kann sagen, dass wir noch einmal sagen, dass wir noch einmal sagen, dass wir noch einmal sagen können. Wir sehenen, dass die Spieler, dass sie sehr lange reagiert haben. Vielleicht, dass sie sehr поздно reagiert haben. In den letzten Minuten kam die Karte gezeigt hat, wie sie war. Vielleicht, dass sie sich gegen Himmacken etwas entspann hat. Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht und ich habe, dass ich ein sehr guter Spieler habe, er habe, dass ich eine andere Systeme fütbola habe. Ich habe noch einmal gesagt, dass die weißen Karte, die wir bekommen, hat mich etwas überrascht, dass die Karte nicht so gut reagiert, dass die Karte nicht so gut reagiert, dass die Karte nicht so gut reagiert, wenn die Karte nicht so gut reagiert. Deswegen, wie ich mit dem Spiel erwähnt habe, muss ich damit arbeiten, damit die команde wissen, wie aus jeder gewaltige Situation in der полie gehen kann. Herr Zagitz, Match.TV. Wie geht es um die Karte? Die Karte ist um die Karte. Die Karte ist um die Karte, aber die Karte ist um die Karte. Wie geht es um die Karte? Er hat gesagt, dass diese rote Karte nicht absichtlich war. Vielleicht ist es nicht absichtlich. Er fand das ja so stark, dass er den Spieler bestrafen sollte. Ich habe die Bilder nicht ganz genau gesehen. Nur vom Weiten, von der Linie aus. Ich habe den Eindruck gehabt, Nenner trifft den Ball erst. Und dann rutscht er aufgrund des nassen Rasens in den Gegner rein. Ich glaube, Nenner trifft den Ball. Das ist meine Meinung. Ich habe es gesehen. Wie ist das mit dem Spiel? Karawaiff und Mediatimes. Aber bei den Tops Group. Ich habe eine Frage auf Person. Es ist immer für den offensivsten Spieler schwierig, wenn wir 100-mal spielen müssen. Petro hat, glaube ich, fünf Einheiten mit uns trainieren können, wenn überhaupt, vier Einheiten. Er hat uns vor kurzem zu uns gehalten, vielleicht waren es vier Trainings mit der Mannschaft. Wenn man eine rote Karte hat und Unterzahl spielt, müssen wir uns anders verhalten in Sachen der Defensive. Aber klar hat Petro heute nicht das Spiel können aufgrund der Unterzahl, was wir normalerweise sehen wollten. Und aus diesem Unterzahl war es deutlich, dass Petro etwas nicht mehr in den Fútbol war, den er konnte, weil die Mannschaft in der Mischung war. Das hat auf jeden Fall beeinflusst an seine Spiel, an seine Leistung, an seine Leistung. Aber ich habe gesehen, dass er nachdem, nachdem, 15 Minuten nachdem, 15 Minuten nachdem. Er hat eine halte Karte, eine halte Karte für den Platz. Er hat eine halte Karte, eine halte Karte und eine Karte. Er hat eine halte Karte, vor dem Platz verweilen gespielt, er hat eine halte Karte für den Karte. Im Gegner werden konnte er auf einemiamoeren Geld im Nies. Er hat die Karte für den Karte keine eingeladen, bei den Karte. Er hat eine halte Karte für den Karte für den Karte gearbeitet. Er hat eine halte Karte für die Karte, der vor drei Jahren unterzeichnet wurde. Er hat eine Viertelstunde vor dem Platz vorbei sein Spiel beobachtet und das ist sein Fazit zu seiner Leistung. Das ist ein bisschen skurril für den Spieler für vier Jahre. Wenn man richtig gut erkannt ist, aber wir müssen mit dem Spieler genauso arbeiten, dass er auch versteht, wie er gegen den Ball arbeitet. Wir müssen mit dem Spieler arbeiten und ihm erklären, wie die Mannschaft mit dem Spieler spielen muss. Wie wir gegen den Ball spielen. Vor drei Tagen hat er vier Tore geschossen. Und jetzt weiß der Gegner auch, dass sie ihn doppeln müssen, dass sie ihn nicht so einfach laufen lassen können und das ist dann schwierig für den Spieler. Man hat gesehen, wenn er einen Ball hatte, dass dann plötzlich zwei, drei Spieler auf ihn gegangen sind. Aber dafür hat man dann auf der anderen Seite andere Spieler mehr Platz. Und das hat nicht funktioniert. Und das hat nicht funktioniert. Petro hat alleine das Spiel nicht verloren heute. Ich bin Arja von Indonesien. 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 Das ist ein bisschen mehr Platz. Ich bin Arja von Indonesien. Ich bin Arja von Indonesien. Das ist sehr viel Platz. Ich habe mich daran gedacht. und nachdem der Ball verliert. Was denkst du? Er hat ein bisschen von den Rutschland geflogen. Er hat gesagt, ob wir eigentlich in der Fútball spielen können, wenn es so an irgendein Statsache ist. Was ist das für Sie? Wie viele Spieler haben wir heute? Ja, ich weiß, aber ich weiß, wie viele Spieler haben wir heute? Wie viele Spieler haben? 10. 10. Er war heute in den Spiel. Sie waren auch für zwei Tage? Nein. Sie sehen, Sie sprechen über den Rutschland. Dann bitte, die anderen Spiel. Before we talk about tactics and passings, we have one guy less. Do you want to discuss with me? Just let the coach answer. Sorry. It's a completely different game if you have 10 guys on the field. Sorry. No, no. Fine, it's fine. You play at home. I mean, this is your home. You play at home. Yes. I mean, what happened with that? I mean, like, why not enjoy the game? And then, I think the ball, the ball is very far away from your goal. I mean, it's not dangerous. I mean, like... We want to speak about tactics now. No, no, not the tactics. How for system we played? How for system? I ask you now. Which system we played? Give me an answer. Which system we played today? Come on. Tell me. Tell me which system we played today. No, no. Give me an answer, please. We want to play. You want to speak about tactical now. Which system we start? Give me an answer. Which system? You don't know it. Which system we play after a second half? Give me an answer. You don't know it. Okay. We can speak about tactics now. We can speak about tactics now. Well, the answer was, that, first, there were 10 players on the field. I think we played The Messiah. I played the game against the HEMAC. And though we have played the game against the HEMAC, we have played a great deal. I N'm not seeing the game against the Hill. So the manager is a special game against the HEMAC team. I watched the team. I want to say that a great game against the HEMAC team and a great game against the HEMAC team, and it's been different. And it's a different kind of game. Nach 11 Spieltagen sind Sie bereit für die Relegation, für den Kampf gegen den Abstieg oder sind Sie sicher, dass ein Lokomotiv nicht relegiert wird, kein Abstiegskampf führt und sich Höhe in die Tabelle? Was wird geschehen? Werden wir gegen die Relegation kämpfen? Wir werden sicher aus der Misere rauskommen. Wir werden die Mannschaft verbessern und wir werden sie auch taktisch verbessern, wir werden sie konditionell verbessern. Und da sind wir auf dem Weg, wir haben das vor zwei Tagen gesehen und heute haben wir viele Informationen bekommen, wo wir arbeiten müssen. Heute war ein schlechter Tag für uns, es war ein sehr schlechtes Spiel von uns, aber wir haben viele Informationen heute erhalten. Mein Antwort ist sicher, dass die Mannschaft nicht mehr so weit ist. Vielen Dank. Поэтому нам надо больше работать над тем, чтобы освоить эти элементы и играть более стабильно. То есть есть над чем работать, и мы знаем, сегодня был большой анализ, большая информация для анализа получена. Да, у меня еще один вопрос. Вы просто не два или три раза сказали, что игроки «Локомотива» оказываются в довольно частых ситуациях в футболе, не знают, что им делать. Ну, то же самое остались с «Дестером», не очень понимают, что им теперь делать. Петринио тоже не очень понимает, как действовать в конкретной ситуации. Но ведь им не по 6 лет, они по 15-20 лет играют в футбол. И вот на ваш взгляд, это симптом именно российского футбола, российских игроков в РПЛ, или все-таки это в «Локомотиве» такая, ну, неожиданная вдруг выскочила болячка? Но, в общем, иноменте этот симптоматик, что им когда-то не спиым менедженщик, что им нужно делать, это есть один Блок из русских игроков, потому что это обычно игроки, которые профессионалы в футбол 15-10 лет траты и в ориент. И даже не понимают, как они со慌 целый, как они умножаются и связаны с ним, как они реагируют, как они межелищены. Да, это за «Локомотив»? Может, это лишь условия Путбола, если они не так хорошо квалифицированы? Ich glaube nicht, dass das ein russisches Problem ist, sondern es war heute ein Problem von uns, dass wir nicht, wir wollten Petrinho oder Petro wollte mehr angreifen, damit wir vielleicht nach vorne gehen und ein Tor schießen, aber wir müssen es besser verwalten, wir müssen das Spiel besser managen und nicht alleine nach oben laufen und dann die Löcher aufmachen und dass sie durchspielen können. Das müssen wir mit ihm erarbeiten, da hat er recht. Ich kann nicht sagen, dass es eine особенноste der Russisch-Legie ist. Was für Pedro war, war es, dass wir in der Karte gewonnen haben, dass wir in der Karte gewonnen haben. Natürlich, die Karte gewonnen haben, aber wenn die Karte gewonnen haben, sie bleiben, sie bleiben für sie, in der Karte zu haben, dass sie ein großer Platz für sie, das ist. Ich sage Ihnen, dass die Situation, wie Sie gesagt haben, dass die Klamagne richtig reagieren müssen, dass sie nicht abhängen, nicht abhängen, nicht abhängen, nicht abhängen. Ich sage Ihnen, dass es hier nicht mehr so gut geht, sondern dass die Klamagne, wie sie das Spiel machen können, wie sie in dieser Situation finden, wie sie in dieser Situation finden und wie sie adäquatно reagieren können. Ich frage mich, warum es passiert, wenn Menschen über 5-10 Jahre alt sind? Das ist nicht ein unbeziehungsvolles Situation. Das ist oft passiert. 5-10 Jahre spielen und ich weiß, wie sie reagieren können. Das ist ein bisschen schwierig für sie. Das ist ein bisschen seltsam. Sie sind professionell Fußballer seit 10-15 Jahren. Sie verstehen nicht, wie sie reagieren sollen, wenn sie in der Unterzahl sind. Das ist ein bisschen schwierig für Sie. Das ist unabhängig, ob Sie für Lokomotiv spielen oder nicht. Sie sind professionell Fußballspieler. Sie sollen in Natur, im Fleisch, im Blut eine adäquate Reaktion zeigen, wenn Sie in der Unterzahl sind. Da sehen Sie diese Grundsteine. Wir müssen das verwalten. Aber es liegt nicht daran, dass alle Spieler das nicht verstanden haben. Es liegt daran, dass der eine oder andere Spieler es vielleicht gut gemeint hat und es ist nach oben gelaufen. Sie hat die Löcher aufgemacht, hat die Fenster aufgemacht und konnten dann durchspielen. Das war das Problem. Ich kann nicht sagen, dass es für alle Spieler gibt. Das ist, dass die Mannschaft nicht eine gleiche Reaktion gemacht hat. Es gab keine Spieler, sie nicht fühlten sich zurückkehren. Sie fühlten sich eine kompaktigkeit. Sie fühlten sich eine andere Seite. Es war so. Und Sie wissen, dass wir das. Das ist das, mit dem wir arbeiten müssen. Es geht nur um die halbzeit-analyse. Wir brauchen Bilder und wir sind in Kontakt mit unserem Videoman. Wir geben uns die Informationen, dass wir das Bild in der Halbzeit brauchen.